Oh, Shat! Du, die Rebe. Ich weisse, ich nutze die oft.. und bevorzuge eigentlich mal Riss als Charakter. Aber wääähäh... Wir werden uns gleich wieder zerlegen. Warum geh ich da schon wieder? Okay, wenn die Suile 14 hat der好的 Zerfetts, bis ich sehe. Ähm... Dauert noch ein bisschen einmal hin, könnte ich auch... Ja, auch gleich so weit. Ja, das blöde ist, ich krieg keine Erfahrungspunkte während des Kampfes. Das ist so ein bisschen fies, muss ich sagen. Okay. Blöderweise gibt es auch kein Speed-Auto. Ja, da werden jetzt Köpfe rollen. Buchstäblich. So, du wirst wahrscheinlich kein Licht mögen. Ja! So, Stahl-Typ. Wir sehen, was sagst du? Geh Licht. Normal effektiv, okay. Das kann noch etwas dauern. So, Illusion Bullets. Nicht sehr effektiv. Mhm. Ähm... ... 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 Oh nein! Oh shit, nein! Sie hat Hochmut. Und Hochmut erhöht ihren Eingriff. Was für ein Arsch! So hab Hammerfloh. Oh Gott, ich kann sie sehen wie sie ist alleine. Aber sie macht irgendwie dummes Zeug gerade. Mach weiter so. Nicht gräten. Okay. Okay. Illusion Bull hat keine Wirkung. Okay, ich bin schneller. Nicht sehr effektiv. Sehr effektiv. INSTANT KILL! Okay. Okay. Jetzt weiß ich wie ich gegen sie vorgehen muss. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ja, ja. Habe ich schon mal Illusion Bull Registre angesetzt? Die ist immer so schnell. Okay. Jetzt tut irgendwie gleich viel weh. So, nur mal eins. Killed. So, jetzt kommt Suica. Suica wird verständlich erlegt. Oh, gemisst. Wow. Was genau so gerechnet ist. Der Young Energy will jetzt auch reichen. So. Hm. Ja, den kann ich noch etwas machen. Okay. Krill. Krill. Nettere Niedel. Zerlegt. Hammer Time. Du bist ein Stahl-Typ. Das müsstest du überleben. So, Stahl mit Stahl. Das ist nicht sehr effektiv. Ja. Kritter. Nicht sehr effektiv. Aber du hast ihn gekriegt. Und du kriegst... Angriff auf Zeigung plus. Egal was es ist, ich... Verdammt. Okay, Anti-Gaudi. Du machst das jetzt. So, Energie. Yes! Oh Gott! Die Niche! Ah! Alter, ist sie fies! ... ... ... ... ... ... ... ... Da bereue ich schon fast, dass ich sie als Charakter nehm! In den normalen... ... in den normalen Toh-Spielen. Aber naja, ich bin ja ein Schuss-Typ gewohnt. Das ist einfach gut, mit Fantasie und so. Naja, 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 naja... Naja... Okay, weiter geht's! Wo? Kann ich jetzt...? Mist. Dann hebe ich mir den PP auf die weitere Attacken und schau mal, was da kommt. Oh. Oh. Ähm, shit, wo geht's das langen? Oh! Misty Lake Forest of Magic, you can... Entschuldigung. Und doppelt? Puh, ein Farmer. Der hat... ja klar. Los, Anti-Gauli! Ähm... Da ist nichts mit dem Pflanzen-Typ. Ja, boi, da ist auch schon ein Bullet. Ich will hinkniesen. Das wäre doch viel eng. Hm, was macht leider? Nicht sehr gut, okay. Und tschüss! Das war Sans Guy. Oh獎. Ah. 是 du shake ha 2000 tips.